Hi und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 2. So, ähm, ich klette jetzt mal die Leiter hier nach oben scheinbar, komischerweise. Ah, man kann hier also auch rein und raus klettern. Na gut, hätte uns aber ohne die Sicherheitskarte dann glaube ich eh auch nichts gebracht. Aber gut, sind wir wieder in der Basis. Wir haben Xhorn, die intelligente Todeskralle dabei. Allerdings, wen wir nicht dabei haben, ist Goris. Und jetzt, wo wir Xhorn haben, hätte ich gern Goris dabei, weil vielleicht hätten die beiden sich sogar was zu sagen. Die sind ja glaube ich vom gleichen Stamm mehr oder weniger. Welchen Aufzug nach unten nehmen wir denn? Ich würde fast sagen, wir gehen zu dem, weil der ist, äh, der, der am schwersten Bewachte. Man muss sich durch die meisten durchkämpfen, um zu dem Aufzug hier zu kommen. Also hoffe ich mal, dass der auch der lukrativste ist. Du, 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 tack. Dürfte ich sie mal kurz in die Augen hauen? Danke. Nochmal? Okay. Kaputt. Moment mal. Der Kampf kann nicht beendet werden, da feindliche Wiesen in der Nähe sind. Wo sind denn hier feindliche Wiesen? Es sei denn... Bam, bam, bam! Irgendeine unheimliche... Nee, okay. Keine, keine dunkle Macht. Einfach nur... Einfach nur... Nichts. Vielleicht war das Leben aus dem Kerl, aus der Tussi, die ich gerade getötet habe, noch nicht ganz draußen. Fahren wir einfach mal nach unten. Äh, fangen wir einfach mal nach oben. Aha. Ähm... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier ist ein Bertie Bird. Okay. Wir sind hier irgendwie in der Militärbasis gelandet. Äh, was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle ist hier los? Ey, gegen die Geschütztürme da? Gegen die Plasma-Geschütztürme? Ich weiß nicht, ob ich gegen die kämpfen will. Können wir echt mit denen hier reden? Obwohl wir da unten gerade Mayhem angerichtet haben? Weißt du was? Ich versuch's mal. Könntest du dir mal ein bisschen zur Seite gehen, alle? Irgendwie stecken wir hier fest. Wir sind hier so ein Pulk aus Leuten. Und ich komm nicht durch. Ja, jetzt. Doch, okay. Ich werd angegriffen. Habe ich mir schon fast gedacht. Naja. Dann, wenn das so ist, eröffnen wir das Buffet. In die Augen. Hör auf einen Schlag tot. Ihr seid Weiche Eier. Haha. Ich glaub, hier sind die Rekruten, die ganz frischen oder so. Au. Au. Wir brauchen noch die Wertibird-Pläne unbedingt. Die sollten wir uns auf jeden Fall noch beschaffen. Und ich würd die dann der Bruderschaft geben. Schon allein deswegen, weil das offensichtlich die... äh... die... die... von den Entwicklern übernommene... in die Zukunft übernommene Variante der Realität ist. Darf ich jetzt mal wieder... Darf ich jetzt bitte mal wieder... Bitte. Bitte lasst mich wieder. Bitte. Bitte. Ich will auch mal wieder. Alle dürfen dauernd. Nur ich nicht. Ich will auch. Ich will doch nur einmal. Komm. Lass mich auch mal wieder. Ja. Ich darf wieder. D-d-d-d-d-d. Gott sei Dank. Sonst wär ich fast gestorben jetzt. Unser letztes Super-Stim-Pack. Neun normale Stim-Packs hab ich noch. Aber... letztes Super-Stim-Pack. Der Koch scheint überhaupt nicht feindlich zu sein. Zumindest macht er nix. Ich lass den mal. Jetzt kann ich leider nicht angreifen. Ich wollte nämlich nicht mit der Gatling schießen. Solange jetzt hier... die ganzen Leute stehen. Im Weg. Oh oh. Da kommt die Wache. Warum dürfen denn die so oft da hinten? Das ist doch gemein. Da kommt gleich mal... Markus und Hauti von hinten. Weil das so gemein ist. Kommen schon wieder Wissenschaftler und alle. Das dreht sich hier schon wieder komplett durch. Ich will die Räume hier echt nicht verlassen. Weil ich Angst hab vor den Geschützen. Aber wenn die reinkommen wollen, das können wir vielleicht... Das ist vielleicht okay. Kann ich jetzt noch mit der Gatling nachschießen? Ich denke nämlich schon. Drei Schaden. Wow. Du verfehlst. Wache wurde für drei getroffen. Na gut. Dafür, dass ich verfehlt habe, ist denn drei Schaden eh noch okay. Jetzt kommen halt alle. Und die haben halt Plasma-Gewehre. Aber es ist wirklich... Solange die nicht kritisch treffen, ist es nicht so schlimm. Na gut. 14 Schaden ist nicht schlecht. Das tut schon weh. Kann mal jemand den da hinten töten? Der geht mir echt auf die Nerven. Ach so. Ihr kämpft immer noch gegen den einen, der bewusstlos am Boden liegt. Na gut. Okay. Oh. Das werden mir langsam zu viele hier. Okay. Aua, meine Mildsack da. Ich könnte mal Plasma-Granaten statt dem Hammer ausrüsten. Aber ist das überhaupt eine gute Idee? Nein, ist es nicht. Nicht mit meinen Zuschlag-Skills. Jetzt mal hier hoch. Au. Au. Oh, schön, dass er auf ihn schisst. Ihr macht zwar nicht... Er macht zwar nicht viel Schaden, aber er macht Schaden. Ich habe echt ein Problem mit den beiden Kerlen da. Mit den beiden Wachen. Jetzt kommen endlich mal die anderen so ein bisschen hervor. Ich muss jetzt noch mal Stimpaks nehmen. Leider. Es hilft einfach nichts. Es hilft nichts. Stimpak. 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 Passt schon. Ach, verdammt. Jetzt muss ich Laden auch noch. Na komm, den Wissenschaftler. Den können wir töten wenigstens. Aber der ist nicht das Problem. Wie sieht ihr denn gesundheitsmäßig aus? Verwundet? Verwundet. Beide verwundet. Na ja. Komm schon, das muss jetzt wehtun. Ach, vier Trefferpunkte. Leute, so geht das nicht. So kann das nicht weitergehen. Markus? Markus? Ah, Markus stirbt. Nein, Markus. Nicht gut. Oh. Mich hat er auch zu Boden geschossen mit einem kritischen Treffer. Autschi. Bum, Autschi. Das tut weh. Und ich liege jetzt am Boden und werde ziemlich von denen massakriert. Na ja, Markus ist tot. Müssen wir ihn neu laden. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Können wir uns hier vielleicht ausruhen? Ja, können wir. Dann ruhen wir uns ja aus, bis die Gruppe mal geheilt ist, weil anscheinend nicht nur ich, sondern auch Markus und bestimmt auch ein paar andere ordentlich was abgekriegt haben. Da kann man sich mal heilen, würde ich sagen. Ah, und ich heile mich auch mit ein bisschen Getränk. Da ist so viel Kohlensäure drin. Ich muss leider immer ein bisschen rülpsen, nachdem ich getrunken habe. Ich versuche das wahrscheinlich aber nicht erfolgreich zu verschleiern manchmal. Nehmen wir mal einen anderen Aufzug. Vielleicht gibt es da Aufzüge, die nicht ganz zu krass bewacht sind. Also wo nicht gleich 100.000 Wachen kommen und uns alle töten. Vielleicht gibt es auch Aufzüge, wo nur eine Wache ist und die ist recht isoliert von allen anderen. Vielleicht führt die zum Beispiel in den Wurtu Bird Hangar. Wartet mal, bevor wir hochfahren, speichern wir nochmal, weil jetzt wenigstens alle geheilt sind. So. Ähm, null. Okay, da gehen wir nicht raus. Dann fahren wir nochmal runter und probieren einen anderen Aufzug. Weil ich gehe da nicht raus, wenn da daneben ein Plasmageschütz und ein Krasser-Kerl steht. Krasser-Kerl. Versuchen wir lieber mal, versuchen wir lieber mal, dass wir jetzt die 100 Begleiter, die wir mittlerweile dabei haben, nicht ansprechen versehentlich, sondern zur Seite schubsen. So ein bisschen. Jo, gut. Also die Todeskralle ist aber auch nicht schlecht. Der hat die ganz schön umgeworfen alle. So, versuchen wir hier mal. Fahren wir hier mal hoch. Ähm, ja, hier sieht es ganz gut aus. Hier sieht es auch so aus, als könnte man was machen. Es sind auch nicht allzu viele. Wer bist du? Jemand in Militär-Urform, jemand in Techniker-Urform und eine Wache. Draußen stehen ein paar, aber jetzt auch nicht so viele. Ah, wahrscheinlich muss ich hier rein für die Blaupausen. Nehme ich mal stark an. Das heißt, wir wären hier vielleicht richtig. Ich würde vielleicht mal bei Kampf speichern und vielleicht mal versuchen mit dem Wissenschaftler zu reden. Vielleicht können wir reden. Nein, wir können anscheinend nicht reden. Er plabbert wirres Zeug. Er sagt, Alarm, Alarm, Alarm. Deswegen nehme ich mal meinen Hammer und haue ihm in die Augen. Gut, das hat gewirkt. Er hat aufgehört, Alarm zu schreien. Dann können wir den Kampf hier wieder beenden. Ach, schade. Habe ich schon befürchtet, dass es nicht so einfach wird. Dann laufe ich gleich mal nahe an die nächste ran. Da kommen nämlich schon die ersten Wachen. Aber zumindest sind die hier drinnen, glaube ich, eher luschig. Glaube ich. Äh, Robobrain, nicht rausgehen. Lass die reinkommen. Ich habe Angst vor den Geschützen. Markus, nicht rausgehen. Die reinkommen lassen. Ich habe Angst vor den Geschützen. Ha, ha. Ha, 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 ha. Au, Markus. Pass auf, bitte, Markus. Wow, ein Schuss. Moment mal. Techniker wurde getroffen. Ups. Techniker wurde anstelle von Markus getroffen und geht zu Boden. Das ist natürlich super. Aber Markus ist auch gleich tot. Oh, und Xan auch. Ja, Markus ist tot. Verdammt, Markus. Ich habe doch gesagt, nicht rausgehen. Lass die reinkommen. Das geht so nicht. Wir können da nicht rausstürmen einfach. Das ist Wahnsinn. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Ich eröffne noch mal. Ich gehe noch mal hier auf den Kampfslot, aber mach es mal anders. Ich lasse mal den Wissenschaftler leben. Ich gehe mal da hin. Ah, jetzt eröffnen die den Kampf. Ist vielleicht eh besser so. Au. Vic wird leider ein bisschen schwer getroffen. Ich meine Cassidy. Oh, da oben steht ja noch einer. So, und jetzt lassen wir die kommen, Leute. Okay? Wir lassen die kommen. Nein, Robo Brain, hier bleiben. Wir gehen nicht raus. Nicht rausgehen. Nicht rausgehen. Nicht die Tür auf den Laden. Genau, genau. Macht so wie Xander. Hier drin ist genug. Was wollt ihr raus? Genau, hier sind genug Feinde. Na, guck. Schau. Macht das nicht auch Spaß? Muss man immer gleich rausgehen. Da kommen sie nämlich schon. Hey, und kicken einfach meinen Roboter. Oh nein, der steht vor der Tür. Und das Plasmageschütz schießt durch die Tür rein. Das ist auch ungesund. Ach, Robo Brain. Das ist nicht gut. Ich weiß jetzt wenigstens, dass Robo Brain ganz schön viel aushält. Aber irgendwann ist Schluss. Und alle dürfen schon wieder zweimal. Und Markus geht schon wieder zur Tür raus. Markus, ich köpfe dich. Ich köpfe dich jetzt gleich. Du bist blöd. Du bist blöd wie Brot. Wie eine Schachtel Pralinen. Ah, du gehst mir auf die Nerven. Ja, jetzt habe ich Robo Brain getötet. Aber ich glaube, das war aussichtslos jetzt. Es geht mir auf die Nerven. Ihr geht mir auf die Nerven. Wartet mal. Wir müssen doch da hinten raus. Weil hier ist eine Tür. Dann haben wir nur eine Wache und ein Plasmageschütz. Du musst bitte... Du musst bitte... Nein, bitte geh zur Seite. Nein, Hilfe. Ach, Gott sei Dank. So, dann nehmen wir nämlich doch den Aufzug da oben, der mir erst so total bescheuert vorkam. Ach Gott. Wir sind immer so eine Traube an organische Masse, die da irgendwie aus dem Lift aussteigt. Ich meine gut, wir quetschen uns auch zu siebt irgendwie auf diesen kleinen Aufzug. Drei von uns tragen Powerrüstung. Ein Super Mutant und eine Todesklaue. Und noch ein Robo Brain und irgend so ein Kerl. Irgend so ein alter dicker Verkäufer. Aber gut, der braucht auch seinen Platz. Wir brauchen alle unseren Platz. Also speichern wir mal hier und versuchen es hier mal. Ich presche radikal raus. Und habe einen Schluck auf. So. Ähm. Zwei Schritt vor. Und... Gatling! Er ist relativ unbeeindruckt von meiner Gatling. Ich weiß nicht, warum die so schlecht ist. Die war irgendwie mal besser. In alten Teilen, habe ich das Gefühl. Naja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, aber er lebt noch. Markus lebt noch. Ich will auch nicht, dass der stirbt. Hör auf jetzt. Ich will, dass niemand stirbt hier. Außer unsere Feinde. Die schon. Mensch, wir machen dem aber auch keinen Schaden. Unglaublich. Na, super. Hm. Wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte versuchen, zwei von meinen Granaten auf das Geschütz da hinten zu werfen. Minus 177. Das schaffen wir. Ups. Ich habe einen Blindgänger geworfen. Nochmal. Ha. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Naja. Dann, ähm. Gehe ich mal einen Schritt nach vorne. Oh. Sag bloß, du hast es jetzt auf einen Schlag kaputt. Blödgemachtes Ding. Goris. Du bist zwar nicht Goris, aber du bist trotzdem cool. Leider ist Markus gestorben. Na gut. Blöd gelaufen. Aber gut. Die Dinge halten anscheinend nicht viel aus. Oder er hat sehr gut getroffen. Und er hat die Tür für uns sogar aufgemacht. Oh, das wäre so gut. Wir müssen nochmal laden. Weil das ist irgendwie vielversprechend, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir die Strategie sprielverstrechend und dann einfach rein, äh, Blaupausen abgeben, zurück zur Bruderschaft und mal schauen, was die so an Technologie für uns haben, die uns hoffentlich vielleicht ja auch von Nützen sein kann. Ich würde nur gerne da rausgehen. Deswegen musst du mal vorgehen. Noch ein Stück. Geh ruhig noch ein Stück. Nicht schüchtern sein. Okay. So. Äh, ich kann sogar noch einen Schritt, theoretisch, bringt mir nichts. Na gut. Versuchen wir es. Ah, knapp daneben. Yes. Oh, das war gut. Yeah. Das war wirklich gut, finde ich. Ich finde, das war gut. Ich finde, das war spitze. So. Und jetzt könnt ihr uns nicht mehr unterscheiden. Wer von euch ist jetzt der Böse? Äh, von uns. Hm, er kann uns anscheinend leider noch unterscheiden. Schade. Ich dachte, ich kann ihn so verwirren, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Und dann anfängt, sich selbst anzugreifen. Bist du irgendwie lebensmüde, Xander? Xariander? Xander? Xaraz? Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Kannst du bitte wieder herkommen? Die wollen wir überhaupt nicht. Die, die, deren Aggro wollen wir überhaupt nicht auf uns ziehen eigentlich. Warum unser Robo-Brain in den Nahkampf geht, werde ich auch nicht verstehen. Ah. Ich will auch, dass du überlebst. Weil ich hoffe, dass du dann irgendwie sagst, hey, du bist so cool. Wollen wir Freunde werden für immer. Auf ewig. Willst du in mein Freunde-Buch schreiben? Das war ein kritischer Augentreffer. So weit wie der rutscht. Der ist blind. Der sieht nichts mehr. Oh Gott. Der sieht so nichts mehr. Wo rutscht er denn hin? Der hört nicht mehr auf zu rutschen. 82 Schaden. Er ist blind und ohnmächtig. Cool. Wenn jetzt unsere Todeskralle... Oh, die geht irgendwie ganz komische Wege. Naja, lassen wir die mal, die komischen Wege gehen. Leute, wir können es jetzt nicht mit der ganzen Basis aufnehmen. Bleibt doch ein bisschen zusammen alle. Kuscheln wir doch hier ein bisschen so zentral. Und verteilen uns nicht über die ganze Basis. Oder? Fände ich schön. So. Du kriegst auf die Augen. Der rutscht auch ziemlich weit und ist tot. Auch mit dem Hammer läuft es aber gerade ganz gut. Der Hammer ist gerade der Hammer. Wo geht denn Marcus hin? Marcus, du gehst mir auf die Nerven. Ich weiß nicht, was du willst überhaupt, Marcus. Du bist wahnsinnig. Wahnsinnig attraktiv. So. Ich speichere jetzt mal. Weil ich glaube, bis jetzt ist noch keiner gestorben und alles ist gut, oder? Ich speichere aber auf Test, weil vielleicht sind schon ein paar gestorben und es ist nicht alles gut. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir sind sogar einer zu viel. Perfekt. Gut. Dann haue ich jetzt den da. In die Augen. Weil das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Aha. Auch bei dem. Können wir den Kampf deaktivieren? Nein, leider nicht. Oh, Goris. Nein. Du bist nicht Goris. Aber ich mag dich trotzdem. Xarn. Xarn. Xarn stirbt jetzt. Ich könnte versuchen, ihn zu retten, aber dann bringe ich mich selber um. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Vielleicht können wir Xarns Entscheidung, selbst mal zu begehen, noch irgendwie rückgängig machen. Aber es sieht schlecht für ihn aus. Muss ich schon sagen. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier überhaupt passiert. Mh. Soll ich da runter gehen? Ich gehe da runter. Ah. Oder gehe ich lieber da hoch und versuche zu plündern? Ich versuche es. Komm. Ich versuche es. Jawohl, zeig es denen. Mach sie fertig. Eine weniger. Eine weniger. Das ist sehr gut, Xarn. Der Wissenschaftler ist eh doof. Der kann eh nichts. Der auch nicht zum Glück. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, dass die alle so doof sind. Was haben wir hier? Nichts. Schade. Und hier? Oh, hier haben wir was. Ein super Dietrich-Set. Schrott. Und einen Motor. Nehmen wir. Hey. Charm ist awesome. Und mir gefällt die Wache daneben. Xen total gut. Der ist das egal. Der sagt, ich habe in 5 Minuten Feierabend. Ich fange jetzt keinen Kampf mehr an hier. So, eine Lederjacke. Magazine-Zeugs. Naja, ich nehme das Magazin definitiv mit. Bei dem anderen Zeug bin ich mir nicht sicher. Und hier? Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Der Wissenschaftler ist ganz schön krass. Haut einfach einer Deathclaw ins Gesicht. Ah, ich bin echt überladen. Na gut, den Schrott brauchen wir glaube ich nicht unbedingt. Vielleicht könnten wir stattdessen das nützliche Buch mitnehmen. Kann ich eigentlich den Kampf beenden? Nee. War wahrscheinlich nur wegen dem Wissenschaftler nicht. Habe ich jetzt schon hier die Bank untersucht? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss nochmal draufklicken. Es hilft nichts. Ja, das war die. Dann gehen wir nochmal weiter. Vielleicht sind hier auch gar nicht die Wirt-Wirt-Pläne. Vielleicht ist das einfach nur eine Werkstatt. Oh nein, da kommt noch eine Power-Rüstung, die wir angelockt haben. Das ist doof. Wo kommt denn der her? Nein, nicht Xarn in den Rücken schießen. Ich speichere mal auf Test 2. Nicht Xarn töten. Ich will, dass Xarn überlebt. Xarn ist unser Freund. Und wir lieben Xarn. Ah, K9-Motivator. Den brauche ich unbedingt. Den Motor brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Aber ich will ihn trotzdem mitnehmen. Da würde ich vielleicht eher das Lasergewehr dafür aufgeben. Okay. Und hier noch reinschauen. Oh, auch sehr, sehr schön. Vor allem die Munition hier. Den Sprit auch fürs Auto und so brauchen wir definitiv. Auch dafür würde ich gerne irgendwas ablegen vielleicht. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr was. Verdammt. Ich weiß wirklich nicht, was ich dafür ablegen könnte. Sollte. Würde. Ich glaube, wir müssen warten. Und mal schauen, wie unten der Kampf ausgeht. Gut. Gut umgeworfen. Aber er steht gleich wieder auf. Oh, ich weiß nicht wie. Xarn kann nicht mehr viel aushalten. Der hat schon so viel abbekommen, der arme Kerl. Weil vielleicht, wenn der tot wäre. Die anderen sind nicht aggro. Vielleicht kann ich dann einfach den Kampf beenden. Okay. Er hat ein neues Ziel gefunden. Ist gut. Ist okay. Der lebt. Yes. Yes. Das sieht doch gut aus. Der liegt am Boden. Das heißt, wenige Aktionspunkte. Und er kriegt den vollen Schaden. Markus läuft weg. Robobrain läuft weg. Ah. Der Kampf ist vorbei. Die sind tot da unten. Ich kann den Kampf nicht beenden, weil noch Feinde in der Nähe sind. Verdammt. Aber warum? Ich beende den Zug mal. Ich warte noch den Zug. Ah. Er greift noch mehr an. Er ist einfach verrückt. Er greift jetzt alle an hier. Er hört nicht mehr auf, die anzugreifen. Jetzt ist er auch in Reichweite vom Plasma geschützt. Jetzt ist es ganz... Jetzt ist es aus im Grunde, glaube ich. Für ihn. Wie viel hältst du denn aus, Xan? Du bist wahnsinnig. Jetzt ist er tot. Ich würde ihm ja gern helfen, aber das ist einfach Wahnsinn. Der legt sich hier mit der ganzen Basis an. Das geht nicht. Aber eine Sache würde gehen. Ich lade mal den letzten Save. Äh. Wo ist denn Xan jetzt? Bei dem Save steht Xan hier oben, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber schlecht ist es vielleicht auch nicht. So. Das ist der Motivator. Den brauche ich. Ich würde gern den Motor irgendwie schon auch mitnehmen. Ehrlich gesagt. Weil ich mir denke, wer weiß, ob der Motor auch noch für irgendwas gebraucht wird. Dann freue ich mich, dass ich ihn habe. Aber natürlich brauche ich auch... Was war hier gleich nochmal, was ich brauche? Ah ja. Die Munition brauche ich wirklich. Die ist halt auch super schwer. Ich weiß. Ich würde echt die Granaten dafür hier lassen. Alle elf. Ich hoffe, das hilft überhaupt. Die sind nämlich schwer. Die würde ich auch gern mitnehmen, weil auch die können wir tanken. Na komm. Nein, es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Hier. Vier Gegengift lasse ich hier. Wie sieht es jetzt aus? Ja. Und vielleicht nehmen wir jetzt wieder ein paar Granaten mit. Oder nehmen wir lieber wieder Gegengift mit. Ich weiß es nicht genau. Oder wir lassen es jetzt dabei. Ja. Wir belassen es dabei. Und ich versuche jetzt so schnell wie es geht zurück zum Aufzug zu rennen. Damit hier keiner mehr stirbt. Ich hoffe, das kriege ich hin. Es könnte hinhauen. Also die dürfen sterben. Nur meine Begleiter nicht. Aber ich brauche halt echt noch ein paar Runden, bis ich beim Aufzug bin. Zum Glück überlebt der Kerl jetzt relativ lange. Das ist gut für uns. Jetzt ist er tot. Meine Begleiter sind ja nicht das Problem. Xaaren ist das Problem. Yarn. Kann ich jetzt den Kampf vielleicht beenden? Nein. Da müssen wir jetzt einfach wirklich so schnell es geht zum Aufzug laufen. Ja. Geschafft. Ebene Null. Cool. Die Virtue Bird Pläne haben wir zwar nicht, aber wir haben alle lebendig wieder runtergekriegt und haben den K9 Motivator, was ja auch nicht schlecht ist. Das würde ich mal als Erfolg verbuchen und den Dungeon Save Game Dingens hier überschreiben. Die Baupläne müssen wir dann nochmal woanders suchen. Ich würde aber sagen, wir beenden jetzt für heute mal die Folge hier. Ich baue K9 den Motivator ein und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht's gut. Bis dann. Ciao.